Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Adventsim-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 119 Euro und ist immer noch verfügbar, also seid auf jeden Fall schnell, falls ihr Bock auf den Adventskalender bekommen solltet. Ja, hier sind tatsächlich Start-ups beteiligt, die sich quasi in den Adventskalender hineinbegeben durften. Und ja, wir haben hier halt ganz viele einzeln eingepackte Viecher drin gehabt, die ich jetzt alle hier mal ausgebreitet habe. Problem, ein Büchslein fehlt mir tatsächlich. Das habe ich nicht hier. Also ja, da komme ich gleich zu, können wir nachher drüber reden. Genau, das ist einfach eine Box, die man auch super weiterverwenden kann. Entweder indem man da selber auch nochmal einen Adventskalender reinpackt, ne, oder, ja, einfach als Box. Finde ich ganz cool. Neben den Produkten, die hier drin enthalten sind, gibt es auch vier Spenden quasi. Und da steht dann auch quasi in einem Umschlag drin, was man an wen gespendet hat. Ich will nicht lange quatschen, wir gucken jetzt mal in die Nummer 1 rein. Die befindet sich hier. 1. Pfefferfrost. Veganer Bio-Lebkuchen in kompostierbarer Folie. Ach, wie spektakulär ist das denn? Aus der Metropolregion Nürnberg. Lebkuchenbrief. Hä? Okay, so schaut das aus. Wahrscheinlich, weil hier hinten auch so Packaging-mäßig, ne, das so abgebildet ist. Lebkuchen isst man sehr, sehr gerne tatsächlich im Advent, muss ich sagen. Oh Gott, ja, der sieht sehr ansprechend aus. Finde ich echt cool. Ja, da ist so ein Riesen-Lebkuchen drin, ne? Das mag ich gerne leiden. Wird auch safe lecker schmecken. Ohne Mampf kein Kampf. Dann habe ich jetzt hier die Nummer 2. Die ist sehr klein und rund. Irgendwas riecht hier auch super intensiv, muss ich sagen. Hier haben wir drin Plants Up Purple Midnight Magic Rich Nourishing Night Cream. Ach, guck mal. 50ml sind hier drin enthalten. Und das finde ich ja klasse. Hier steht drauf, ein Pott gibt einen Baum. Ein Baum für jedes bestellte Produkt. Das ist sehr, sehr nachhaltig. Finde ich klasse und mag ich auch gerne vom Konzept her. Ja, riecht soweit nach nichts. Die Nummer 3. Hier haben wir von Kuschel oder Kuschel. Cozy by Nature. Unglaublich kuscheliges Gästehandtuch aus Holz. Was? Das finde ich ja interessant. Also wir haben hier so ein grünes Ding. Und das soll aus Holz sein? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wie interessant ist das denn? Also fühlt sich auf jeden Fall sehr kuschelig an. Passt natürlich auch mit dem Grün, ne? Und wir haben auch ein Gäste-BC, da wird es auch drauf kommen. Das darf man bei 40 Grad waschen. 70% Baumwolle und 30% Modal Tencel. Okay. In Portugal hergestellt. Darf sogar in den Trockner, glaube ich. Ich packe es in den Trockner. Ich hoffe, es geht mir nicht kaputt. Ja, geil. Das finde ich schön. Wirklich. Praktisch. Ja. Dann kommen wir mal zu der Nummer 4. 3 plus 1. Man hat auch immer Informationen natürlich zu den Firmen hier auf diesen kleinen Zettelchen mit dran, ne? Die lese ich jetzt nicht alle vor. Ähm, oh. Das ist ja ein charmanter junger Mann. Also jung, ne? Aber ein charmanter Mann tatsächlich. Little Home, Köln e.V. Auf der Straße ist man der Welt ausgeliefert. Das ist ein Daueralarmzustand. Du schläfst da mit einem halben Auge, mit einem halben Ohr offen. Hardcore, muss ich sagen, ne? Das ist echt krass. Ah, 6 Little Homes inklusive Erstausstattung können wir mit eurer Hilfe für obdachlose Menschen bauen. Diese mobilen Wohnboxen umfassen 3,2 Quadratmeter und bieten doch alles, was man so braucht. Zum Beispiel eine Matratze, eine Kochmöglichkeit, eine Heizung, ein Erste-Hilfe-Set und eine Camping-Toilette. Vor allem aber Privatsphäre und Sicherheit. 4 feste Wände, ins Zelt kann jemand reintreten. Das finde ich auch geil, denn das habe ich auch schon öfters mal gesehen im Fernsehen, ne? Dass sie diese Little Homes bauen und so und die dann für die Obdachlosen in die Städte reinstellen und so. Und das finde ich auch total geil. Also mega, bin ich gerne mit dabei. In der Tag von Nikolaus, die Nummer 6. 5. 5. Ben & Anna. Natürliche Handcreme für wunderbar weiche Hände. Das ist ja cool. Ben & Anna mag ich auch von der Marke her. Die machen schöne Produkte mit Armut Oil, Daily Care, also quasi mit Mandelöl. 30 Milliliter sind hier drin. Und von Ben & Anna habe ich damals mal in der Box so ein festes Deo auch gehabt, so ein Hochschiebe-Deo. Das fand ich auch ganz schön. Riechst du so? Irgendwas riecht hier so intensiv. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist hier so ein Glastiegel. Ich glaube, ein Stück weit ist es das, ne? Ja, riecht aber angenehm tatsächlich. Und ja, schöne Handcreme. Das mag ich gerne leiden. Wenn ich mir so meine Hände angucke, safe brauche ich Handcreme. Jetzt aber, Nikolaus, die Nummer 6. Das Bärensteinzimmer, Raum für Genuss. Pralinenbox mit einer exklusiv für Adventsum entwickelten Praline und drei weiteren raffinierten Kreationen. Ja, also so ein bisschen naschi mag ich ganz gerne. Das gönne ich mir auch wirklich ganz gerne. Und das wird auch sehr wahrscheinlich nicht allzu lange überleben. Gerade, wenn ich es jetzt einfach schon aufmache. Hallo, geh auf! Ich will nicht aufgehen. Jetzt hat Angst vor mir. Geht wieder bitte alle an euren Platz, damit ihr euch hübsch präsentieren könnt. So schaut diese Pralinenbox aus. Das ist doch ganz niedlich gemacht, oder? Ja. Ich habe jetzt gerade Abendbrot gegessen und ich habe mich hart überfressen. Deswegen kann ich da leider echt nichts gerade von essen. Aber das werde ich mir heute Abend mal gönnen. Die Nummer 7 ist wieder ein Umschlag. Huch! Da sind verschiedene QR-Codes mit drin enthalten. Stickerset, um verlorene Sachen wiederzubekommen. Nachhaltigkeit bedeutet auch, Dinge möglichst lange zu verwenden. Was aber, wenn doch einmal das Smartphone, der Reisekoffer oder dein Hausschlüssel verloren geht und man die Wertsache ersetzen muss. Heute stellen wir euch das schnellste Fundbüro der Welt vor. Mit 70% Erfolgsquote, komplett anonym, ohne GPS-Tracking und Batterien setzt Part H-Vinus auf die Hilfsbereitschaft der Menschen. Du versiehst dein Gegenstand mit einem Sticker, Schlüsselanhänger und aktivierst den Code in der kostenlosen Part H-Vinus-App für Android und iOS. Okay. Bei Verlust kann dieser dann einfach mit dem Smartphone des Finders oder der Finderin gescannt werden. Es öffnet sich ein Chatfenster und ihr könnt direkt losschreiben, um eine Rückgabe zu vereinbaren. Auf Finder-Finderin-Seite ist keine App erforderlich. Okay, das ist interessant. Und mit dem Code ADVENTZ am 20 sparst du 20% bei Part H-Vinus bis zum 30.04.2022, falls du dir da was nachbestellen möchtest. Ja, hier sind auf jeden Fall vier von diesen QR-Codes. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. So was kann man easy aufs Handy kleben oder in das Portemonnaie oder so. Ja, da ist natürlich vorausgesetzt, dass der Finder dann auch wirklich so ehrlich ist. Okay, wir gucken jetzt einfach mal weiter in die Nummer 8 und hoffen, dass sie kracht. Ich gehe von irgendwas zu trinken aus, weil das halt so form- und schweretechnisch so aussieht. Ja, das soll... Weiß ich nicht, trinke ich das jetzt so pur oder mache ich das irgendwo rein? Da muss ich mich jetzt wirklich noch online ein bisschen informieren. Die Nummer 9. Hoffentlich werden wir uns drüber freuen. Oh ja, ist das ein Start-up? I plus M. Ich weiß nicht, das ist aber schon ziemlich viel jetzt so in Boxen und so drin vertreten. Extra Strong, Deo-Creme, Fair, Organic, Vegan. Jo, das ist halt eine Deo-Creme. So was habe ich auch ab und an in Verwendung. Und ich meine auch, dass ich diese Deo-Creme letztens mal in der Box drin hatte. Also so Start-up neu ist es jetzt nicht. Aber gut, genau wie Ben & Anna, ne? Die Nummer 10. Haben wir hier Socken drin? Würde ich hart feiern, wenn das meine Größe wäre, ne? Oh, ich bin ein Depp. Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. In der Nummer 8 stand übrigens was drin. Mit dem Chai Syrup von Black Sands kannst du dir ganz einfach witzig-aromatischen Chai Latte zubereiten. Gib dazu 2 Teelöffel Chai Sirup in deine Lieblingstasse und gieße heiße, optional aufgeschäumte pflanzliche Milch hinzu. Das optimale Mischungsverhältnis ist 1 zu 10. Weitere tolle Rezeptideen findest du im Blog auf black-sands.de. So, Mensch. Und ich beschwere mich noch. Bei der Nummer 9 war auch noch ein Vieh mit dabei. Das habe ich eben einfach mal nach unten geworfen. Ich Vogel. Und in der Nummer 10 haben wir hier von Jungfeld nachhaltig und fair produzierte Premium-Lieblingssocken. Hier haben wir 39 bis 42. Yay, das ist meine Größe. Und dann gucken wir uns mal die Socken an. Darauf habe ich jetzt ja wirklich Bock. Oh, ist das schön. Da sind so Bärchen drauf. Oh, das ist schön. Die mag ich gerne leiden. Das mag ich echt gerne leiden. Schlafbären, Sitzbären, Stehbären. Geil. Jetzt kommen wir zu der Nummer 11. Das riecht so. Okay. All in one wash. 4 in 1. Orange und Patchouli. Für deine Flasche. Okay. Hä? Das weiß ich noch nicht. All in no bullshit. Gib 100 Gramm Pulver in ein großes Gefäß und gieße 900 Milliliter kaltes Leitungswasser vorsichtig darüber. Rühre circa 2 Minuten kräftig um, bis sich das Pulver vollständig gelöst hat. Keine Sorge. Sollten noch vereinzelte Klumpen verbleiben. Diese verschwinden nach kurzer Zeit von selbst. Fülle dein frisch selbstgemachtes All in Wash 4 in 1 in deine Lieblingsflasche und schüttle es nochmals durch für Körper, Haare, Gesicht und Hände. Alle Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar und vegan. Wir spenden 5% des Brutto-Verkaufspreises an nachhaltige Projekte. Das finde ich cool. Soap and Precede ist es dann, glaube ich. Das ist natürlich, also das finde ich interessant, ne? All in Wash. Und das wird dann 1 Liter ergeben quasi, ne? Interessant. Sehr interessant. Das Ding des Jahres. Ach, da kommen die auch weg. So, 4 mal 3 ist 12. Da wird Sport gemacht auf dem Bild. Mit autonome Frauenhäuser Köln, also viel geht nach Köln hier. Schutz und Unterkunft für Gewalt, für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Die Spenden ermöglichen es uns, 4 Selbstverteidigungsseminare und 4 Yoga-Kurse anzubieten. Diese sollen den Frauen helfen, zur Ruhe zu kommen, sich wieder mit ihrem Körper zu verbinden und zu lernen, was sie bei grenzüberschreitendem Verhalten tun können, wenn sie handlungsfähig bleiben und Angst in Wut umwandeln, um sich stärker zu fühlen. Wahnsinn. Zusätzlich kann das Einrichten eines Raumes finanziert werden, der unter anderem mit Yogamatten, Sofas, Musikanlage und Tischfußball ausgestattet wird, um unseren jüngeren Bewohner, Bewohnerinnen einen Ort des Rückzugs, der Entspannung und der Freude anbieten zu können. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Weiter geht's mit der Nummer 13. Bio-Nussmus mit Suchtfaktor Cinnamon Roll mit Bio-Mandelmus. Oh je, ich weiß nicht, ob ich das mag. Das ist natürlich sehr spektakulär, weil das jetzt extrem süß sein wird, denke ich mal. Also ich mag wohl so ab und an mal Erdnussbutter oder sowas, aber huuuhu, kannst du auf jeden Fall ganz normal snacken oder du kannst es irgendwo mit reinmachen in irgendwelche Essensgeschichten und da gibt es auch wohl auch Rezeptideen und sowas. Okay, für mich glaube ich ein bisschen zu fancy. Die Nummer 14. Hier haben wir Lufa-Schwämme für Haushalt und Körperpflege. Oh mein Gott, ja, sowas ist natürlich total klasse. Waste Less Hero. Ein Lufa-Schwamm 2er Set. Nö, sowas mag ich. Sowas verwende ich auch ganz gerne. Zum Putzen kann ich mir das auch wirklich gut vorstellen. Für den Körper eher weniger, wenn mir das zu hart sein wird. Da bin ich nicht ganz so Fan von. Perfekt als Seifenkissen und Reinigungsschwamm. Reinigungsschwamm, mega. Die 15 möchte sich hier schon hinausbewegen. Vielleicht riecht die auch so intensiv hier. Hä, warum habe ich hier ein Stück Holz drin? Doch, da steht hier drauf, ne? Ritueller Emoliente-Tee und Palo Santo-Holz von Vairu. Ja, wir haben ein Stück Holz. Das ist super. Und wir haben ein Ritual von Kori, ein Superfood-Tee mit 20 Gramm. Ähm, joa. Ne? Ich weiß nicht. Mag ich bestimmt. Ja, das hört sich alles lecker an. Also sehr würzig. Das wird auf jeden Fall mal ausprobiert. 16 haben wir hier Panakea Biokosmetik-Hautpflegeöl, Körper- und Gesichtspflege mit Granat, Apfel und Mandel. Das finde ich schön. Sowas mag ich. Cruelty-free und vegan. Und, ähm, 99% natürliche Inhaltsstoffe. Wie viel sind das denn? 30ml oder so? 45ml sind hier drin enthalten. Guck an. So schaut das aus. Und ich gebe mir sowas gerne auf meine Oberschenkelinnenseiten, aber auch auf meine Hoopies oder auf meine Mumu. Das ist auch immer eine ganz gute Geschichte, weil das halt wirklich auch pflegend ist. Und, äh, ich glaube, genau dafür ist es für mich persönlich auch echt perfekt. Mega. Die Nummer 17. Das ist noch ein Umschlag. Hier haben wir noch eine Spende drin. Oh, ist wie ein Seehund. Ich liebe Seehunde. Seehunde sind toll. Die sind richtig toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das niedlich. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Treffpunkt Wattenmeer, Seehundstation, Nationalparkhaus. Das sagt mir irgendwas. Ich glaube, ich war da schon mal. Ich glaube, ich war da schon mal. Denn da gibt es in der Nähe von, ist das Kellenhusen oder so, gibt es so eine Seehund-Auffangstation. Da war ich schon mal drin. Norddeich. Ja, stimmt. In Norddeich. Da waren wir. Ja, da haben wir Urlaub gemacht. Das ist schon ewig hier, aber es ist total schön gewesen. Wir danken dir, dass wir mit deiner Hilfe für sechs Seehundweisen die Rettung und Aufzucht finanzieren können und wünschen dir fröhliche Festtage und ein gutes neues Jahr. Oh ja, gerne. Oh mein Gott, ist das süß. Guck mal. Das hänge ich mir irgendwo hin. Ich liebe Seehunde. Ich hatte damals ein Buch, als ich ein Kind war und das hieß Ein Robbenbaby wächst heran. Und ich hatte ganz viele Seehunde als Plüschtiere und ich habe es so geliebt. Das war mein absolutes Lieblingstier, Leute. Ich sage euch das. Oh, so knuffig. Und bei uns im Zoo, ja, ich weiß, das ist naturschutztechnisch auch immer so eine Sache für sich, aber da war dann halt auch so eine Seehundshow und dann haben diese Seehunde auch den, wenn man dann nach vorne geholt worden ist, den Kindern auch so ein Knutschi gegeben. Und dann habe ich ein Knutschi von einem Seehund bekommen und wenn ich ehrlich sein darf, war das mein erster Kuss, den ich bekommen habe. Das heißt, sollte mich jemand fragen, Claudia, von wem hast du eigentlich deinen ersten Kuss bekommen, muss ich sagen, es war ein Seehund. So, die Nummer 18. Rein pflanzliches, frische Wachstuch. Dein veganes Food Wrap. Hier drin. Ah, ich weiß, was das ist. Das kann man mit der Hand erwärmen und dann quasi über offene Sachen drüber machen oder so. Hier, ne, das sieht man auch hier. Über eine Gurke oder sowas. Und durch die Handwärme kann man das formen. Im Kühlschrank wird es dann hart. Und kann man dann immer wieder tatsächlich wiederverwenden. Also einfach abwaschen und weiterverwenden. Und da habe ich auch aus Bienenwachs einige von diesen Dingern. Und das hier scheint einfach natürlich zu sein. Das ist auch interessant, ne? Kannst dein Brot reinmachen. Gut, da bräuchst du jetzt wahrscheinlich ein ziemlich kleines Brot, wenn du das da... Sehr klein. Die Nummer 19. Drei zartschmelzende Elimba-Kugeln in allen drei Sorten. Classic, Orange, Kurkuma und Intense. Elimba Adventsum. Okay. Bio-Kakao-Granulat mit Gewürzen. Oha. Da muss ich mal gucken, ob ich das mag. Da bin ich ja manchmal etwas speziell. Ich glaube, Orange, Kurkuma wäre nichts für mich. Und Intense tatsächlich auch nicht. Boah, das riecht aber... Das riecht ganz merkwürdig. Ach so, das muss man auch irgendwie irgendwo mit reinmachen. Das ist doch gar nicht pur. Okay, ich hatte schon gedacht, ne? Das wäre es ja noch. Aber das sind so große Kugeln und die muss man irgendwie in kochendes Wasser oder in warmes Wasser reinmachen. Da muss man das umrühren und dann kann man das trinken, essen, was auch immer. Elimba kombiniert das Superfood ungerösteter Rohkakao mit wenigen kostbaren Zutaten. Vitamine, Antioxidantien und Aminosäuren regen deine wintermüden Sinne an und wirken gesundheitsfördernd und öffnen dein Herz. Okay, ja, da machst du halt irgendwie eine Schokolade von, ne? Vielleicht was für meinen Freund, weil der gerne so heiße Schokolade mag. Sehr interessant auf jeden Fall. Vielleicht mache ich ihm da mal was Schönes. Hier steht zwar, dass man das mit Pflanzenmilch dann machen sollte. Da kriege ich ihn nicht zu. Das mache ich dann mit ganz normaler Kuhmilch, ne? Sehr spezielle Sachen hier. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, denn, ja, die Nummer 20 fehlt mir. Ich hatte obendrauf aber einen Umschlag liegen, wo halt drei Postkarten drin waren. You are never too small to make a difference. Ist das einfach. Das ist, ja, süß. Dann einfach so ein Mädchen, was einen Stern hält. Das ist auch ganz niedlich. Und Dreamy Christmas habe ich hier auch noch eine Karte mit so einem kleinen Hasen mit dabei. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die Nummer 20 ist, weil hier auf diesem Umschlag stand nichts drauf. Es kann auch einfach sein, dass es ein Goodie als Geschenk war, ne? Was man halt quasi dazu bekommen hat, wenn man dort bestellt hat. Hier habe ich jetzt die Nummer 21. Oh, nee, das ist das, was die ganze Zeit hier so riecht. Hm, das liegt mir quasi die ganze Zeit vor der Nase. Und ich kenne die Marke auch. Valoloco, das hatten wir in der Vegan Beauty Basket auch öfter schon mal mit drin. Handgemachte Duftseife mit wertvollen Öl, mit Ylang-Ylang, Rotmarin, Rosmarin, Limette, Menthol, blaue Tonerde, Mürre, Weihrauch oder Ylang-Ylang oder, okay, was habe ich denn? Bing Bang, was? Big Bang, äh, was? Ja, Big Bang, steht hier. 100 Gramm habe ich hier drin. Ja, riecht auf jeden Fall hart. Also das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich habe Patchouli oder sowas, weil das riecht so intensiv. Oh mein Gott. Boah, Rosmarin ist hier mit bei, auf jeden Fall. Cannabis Sativa Seed Oil, auch sehr interessant. Ja, ansonsten kann ich das alles jetzt nicht so. Also Spirulina ist da auch noch mit bei und das ist halt einfach eine feste Seife. Die kannst du, ähm, als Gesichtskörper, Handseife, wie auch immer verwenden. Das ist eigentlich ganz cool, aber Wahnsinn, wie das riecht, Leute, ne? Das ist ein ganz, ganz intensiver Duft. So, die Nummer 22 ist jetzt der letzte Umschlag, den wir hier haben. Also bislang waren da echt schöne Spendensachen mit dabei. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe ja auch den, ähm, 24-Gute-Taten-Adventskalender ausgepackt. Da schaut ihr auch gerne mal, schaut da auch mal gerne vorbei, den habe ich euch jetzt wahrscheinlich eingeblendet. Ich mag solche Herzenssachen zur Weihnachtszeit auch einfach ganz besonders, ne? So, hier ist eine ältere Dame abgebildet, die am Telefon ist und schockiert schaut. Ähm, oh, weißer Ring. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Diese Institution ist unfassbar wichtig. Oma, ich brauche deine Hilfe. Geschockt und völlig überrumpelt lauscht Annegret der Stimme am Telefon, die ihr klar macht, das ist ein Notfall. Ihr Enkel hatte einen Unfall und braucht noch heute Geld für eine teure, lebensrettende Operation. Kann ein Kurier ist bei ihr abholen. Das ist so dieser typische Enkeltrick, ne? Mittlerweile gibt es sogar den Elterntrick, das habe ich letztens beim Marktcheck gesehen, ähm, per WhatsApp, dass da jemand sich meldet, ähm, und sich dann als die Tochter oder der Sohn ausgibt. Also solltet ihr irgendwie sowas haben, ruft mal bei eurer Tochter oder eurem Sohn auf der regulären Nummer an, denn ihr bekommt dann per WhatsApp auf einmal eine Nachricht, hey Mom, ich habe mein Handy irgendwie, ist nass geworden oder so, ich habe jetzt eine neue Nummer, mhm, von wegen, und ich brauche auf einmal ganz schnell Geld, ne? Auf jeden Fall drüber nachdenken, ähm, erst die alte Nummer mal anzurufen. Okay, also, die Adventsum spenden in Höhe von 10.000 Euro, das ist hart, Leute, ne? Gehen an Opfer wie Annegret, die durch solche Taten in finanzielle Bedrängnis geraten sind. Außerdem setzen wir die Spenden für psychologisch-therapeutische Versorgung ein, um die Tat verarbeiten und wieder nach vorne blicken zu können. Ja, du hast ja auch dann auch einfach mal, ähm, das Vertrauen verloren, ne? Also, finde ich richtig geil. Gute, gute Geschichte. So, das war die Nummer 22, jetzt gehen wir zu der Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Udo, so hieß mal ein Chef von mir. Ich glaube nicht, dass das Udo ist, den ich hier habe. Mehrwegdeckel für deine Lieblingstasse. Das ist natürlich praktisch, ne? Da habe ich hier einfach einen Mehrwegdeckel. Das ist wirklich praktisch. Oh mein Gott, ich stecke mir ja ständig und überall irgendwelche Strohhalme rein, aber wie praktisch ist das denn, bitteschön? Das gab es auch wohl bei der Höhle der Löwen, die gucke ich ja auch ganz gerne, aber ich habe jetzt die ein oder andere Staffel, um ehrlich zu sein, verpasst. Deine Lieblingstasse wird zum To-Go-Becher. Mega, mega geil, mega geil. Finde ich extrem toll. Das passt wohl auch verschiedene Tassen auch drauf, weil das halt so ein Gummifieh hat, der Udo. Udo, falls du das sehen solltest, ich denke dann immer an dich. Ja, weil das ist halt so ein flexibel anpassbarer Deckel. Muss man natürlich mögen, ne? Aus so einer Silikongeschichte zu trinken. Das mag wahrscheinlich auch nicht jeder vom Mundgefühl her. Ja, weil das ist ja alles auch Silikon. Aber ich finde das cool. Wirklich. Dadurch, ich weiß nicht, machst du jetzt nicht unbedingt jede Tasse dicht oder so? Weil, ne? Nee, glaube ich nicht, dass es so dicht dann halten wird. Ich habe jetzt gerade leider keine Tasse hier, sonst könnte ich das mal ausprobieren. Nee, weil das hält hier auch nicht super dicht. Nee, da würde ich es nicht drauf ankommen lassen. Aber praktisch, wenn ich so im Garten bin oder so, oh mein Gott, ist das geil, dann kommen da keine Bienen rein und so. Das ist ja so ein richtiger, hier steht auch einfach Udo drin. Ich glaube, das muss ich nachher meiner ehemaligen Kollegin, quasi seiner Ehefrau, einfach mal schicken, dass sie das einfach mal sieht so als kleines, hey, guck mal, was du ihm schenken könntest. Idee. Funny. Okay. Ja. Mega. Das finde ich gerade richtig, richtig geil. Kommen wir zu der Nummer 24, Heiligabend. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da haben wir einen ganz besonderen Klebi drauf, ne? Das ist ein Tannebaum. Das ist natürlich süß. Ein Kissenspray mit natürlichen ätherischen Ölen von Kudre e Berlin. Das finde ich geil. Ich liebe Kissensprays. Kann man nicht anders sagen. Good Night, Sleep Tight, Pillow Mist. Mega. Cinnamon Edition. Oh, das muss man mögen, ne? Das muss ich mal gucken. Aber das ist dann tatsächlich was für die Weihnachtszeit, ne? 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, das hat tatsächlich Zimt mit drin. Aber es hat auch diesen klassischen Deep Sleep Pillow Spray Unterton, ne? Von der Duftrichtung her. Es riecht nicht, als würdest du da Zimt drüber streuen. Das muss ich wirklich sagen. Und das finde ich klasse. Das ist mit Lavendel, Blutorange und Zimt. Und das finde ich geil. Das wird unser, ja, Weihnachts-Winter-Winterspray fürs Bett. Ja, ein bisschen blöd, ne? Dass die Nummer 20 bei mir nicht mit dabei war. Vielleicht waren es die Karten, vielleicht auch nicht. Ich werde es dann mal recherchieren, sobald ich ein anderes Video online kommen sehe. Und, ja, aber an und für sich. 119 Euro ist schon mal echt eine Hausnummer, ne? Für einen Adventskalender. Andererseits muss ich sagen, wir haben hier interessante Startups mit drin, die ich noch nicht kannte. Wir haben hier Beauty. Wir haben hier was zu essen, zu trinken drin. Wir haben ein bisschen was für einen Haushalt, so Tools und so. Also von der Art und Weise her finde ich das echt cool. Und ich finde auch diese Spendenaktion, die da mit bei ist, ne? Was ja auch angekündigt war, dass da vier Spenden mit drin enthalten sein werden, fand ich echt gut, ne? Also das hat mir wirklich gut gefallen. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Und das sind auch Karten, die man sich theoretisch so hinhängen könnte, ne? Dass man da einfach auch immer wieder ein Stück weit dran erinnert wird, dass man ja auch einfach was Gutes getan hat. Das ist wie so eine Art kleines Dankeschön von der jeweiligen Organisation. Ich finde den geil, wirklich. Ich glaube, ich hole mir den nächstes Jahr auch, weil ich das einfach sehr interessant finde, was sich da so drin verbirgt. Und das war's dann jetzt auch hier von mir und dem Adventskalender. Und ja, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!